Ja! Yeah! Black Ops! Yeah! Frei für alle! 1 gegen 1! 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 Das ist richtig! Keine gesehen! Okay, nehmt auf! So! Nein, wir tun nur so! Wir tun nur so! AAAAAAAA! Alter, Jungs! Sorry! Das ist doch voll erschreckt! Oh Gott, das wird festgestellt! Das ist hier voll umgekehrt! Das hat das Weiber gehört! Das hat mich auch geändert! Das hat mich auch geändert! Die Kammer war perfekt! Die Kammer war perfekt! Die Kammer war perfekt! Die Kammer war perfekt! Alter, wo bist du? Das ist Raid, so kennt die Map! Ja, scheißegal! Ich weiß nicht, was ich wollte! Hä, was mach ich? Warum läuft man da noch links? Ja, und da kommt der Abstauber! Boah, von ungewohnt, was man im Sprinten! Ich hab Erfahrung, halt, dein Battlefiel! Ja, ich frag mich, hab ich gerade abkack! Das ist ja gerade die Sache! Alter! Hallo! Das ist ja! AAAAAAAA! Das war unfair! Hab ich nicht gesehen! Naja! Nie so, Alter! Dagger! Alle hier so vollkonsensiviert! Oh mein Gott, Alter! AAAAAAAA! Ja, komm, fick dich doch! Oh! Sebi, welches Level bist du? Ich hab Sebi! Oh, okay, das ist unfair! Die Sonne blende! Fick dir den Arsch mal! Ja, hast Angst! AAAAAAAA! Oh, fuck, wie kann man... Achso! Was ist das wäre... Und ich muss ihn noch umstellen, weil bei Battlefiel ist es viel einfacher! Oh, Alter, was finde ich... Mann, wie ich alle Ficke! Das ist unfair! Die Sonne blende! Oh, fick! Oh, fick! Oh, fick! Oh, fick! Oh, fick! Oh, am Arsch! Was hast du für ne Waffe? Ja, ne PDW! Oh, fick! Oh, fick! 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 Oh, ne! Warte, ich sag doch mal dieses komisch, ich kann das gar nicht singen, also! Oh, fuck! Alter, Mann, ich kann das scheiße! Boah, ey! Boah, Alter, Jungs, jetzt mal ehrlich! Was? Wenn du schon... Kämpf mit und nicht erst am Ende, wenn dann... Wenn ich grad nicht hinguck! Was für ein Hohrensohn! Ach, komm, ja! Alter, wie dumm ist das denn? Ich wechsle... Ich wechsle... Ich wechsle... Ich hab schon wieder so'n Venice im Spiel mit nem 999er PDW! Na, Venice, der hat immer noch kein Betriebssystem! Ah, wenn ich... Nee! Ich wär's noch mit Cracken! Ja, da erfindet's eins! Ich bin mit der ganzen Sache noch überfordert, Alter! Ja, abzockst du die ganze Zeit Battlefield, oder was? Ja, das ist anders, Mann! Ohne Scheiß, das ist echt anders! Dann wechsle mal mit 1 und 2! Ah! Penis! Vagina! Ja, komm, ey! Jetzt ist da schon wieder dieser Abstauber, Jungsi! Na halt, du bist ja wie Booty, ey! Warte, ich bin nur... Warte! Warte! Wie wirft man seine Spezialkanate? Vier! Warte, jetzt... Bei mir warst du vier! Scheiße! Jetzt weiß ich, warum Jungsi drei Schlitze hat! Meine Fresse! Fuck! Ah, ich... Ich unerschösch, ich würde meine Spezialkanate, ich weiß nicht! Ja, vier! Vier! Ist ja voll dumm! Ja, ich weiß, es muss erändern. Gott, das ist ja vollbehindert oder nicht? Ich macht das auch so cool wieder nachher! Oh, Mann! Ah, mit V. Mann ist ja vollbehindert, ja. Was auf F nachher legen für Wässern? das Kort Prozent Prozent er wird auch versteht was ich weiß nicht mehr als erweckt werden Prozent wir werden ich habe eine Ersatzgruppe abstaubt ja hallo ich bin ja auch wir waren im Kampf ist aber auch weiter und beckern worden Krieg Ey, ich hab ihn gesucht, Alter! Du bist in den Hintergrund gerannt, was hat er daran gesucht? Ich hab ihn gesucht, Alter! Ich hab ihn nicht gefunden erst! Und da hab ich ihn gesehen und dann muss ich nachladen! Ah, das ist echt so! Sebi! Ähm, schick mir mal bitte eine Einladung! Das ist nett, Alter! Ich kenn' nicht! Och, Mann! Yeah, Mann! Weißt du, wenn du mich ankotzt? Du kotzt mich ins Knie! Ja, ins Knie kotzt du! Kannst du das so sagen? Übertreib, wie viel schluckst du? So viel wie fast der Ewa, oder was? Du bist ja sicher, lass' ich jetzt mal mehr raus! Du fängst doch nach! Fängst doch nach! Nein, man hat gewickelt! Alter, okay! Was wegsiede ich da immer raus? Wir suchen, Standard... Äh... Ich hab' da mal fest! Ich hab' da ein Böck, Kost. Wir haben das jetzt schon mal gekostet. Was ist das denn? Wir haben schon mal was gebt! Eén, mal versucht es nicht! Nein, nein! Nee, nein! Nein, nein! Nein, 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 nein! Alter Scheiße! Ich darf das machen nicht mehr. Oh! Achso, ja, sorry. Fick dich, du! Ohne Scheiß, guck mal, ich bin das voll gewöhnt. Das von... hier, also was ist das? Sevi, wie hast dein PC? Unfäh... nein, nicht in Schett! Ja, Sevi, das nervt. Ich hab dich jetzt extra mal gelassen. Danke, Mann, Scheiße, ich hab mich voll nörd. Du hast mir grad echt geholfen. Danke, Mann. Was ich geschrieben hab, Alter. Aber ich hab doch mal diese Verdurung geholfen. Ich weiß. Boah, nur diese Maps. Wer ist denn hier? Ich hab dich gesehen. Uuuh! Ja... Ich hab dich gesehen, wo du geraucht hast. Echt? Fast blood, bitch. Fuck! Hey, ey, das ist ja auch vorn und fair. Hey, ey, das ist ja auch vorn und fair. Scheiße. Äh, äh... Ja, meine Pistole, ich werde sie benutzen. Alter, ey, mal! Ja, auch in dem Spiel kann ich ruhig's glauben. Ich bin voll scheiße am PC. Ja, in Black Ops. Black Ops kann ich nicht. Was kann ich hier so? Bayer Shock, ihn findet gar nicht. Übrigens, mega geil. Das ist das gute Spiel. Nee, weißt du, spielst du Kassel. Ja, nein. Ich frag ja noch mal. Ja, warum? Ja, weil ich mir da gar nicht so gut drauf bin. Lime. My little pony. Wie kann man sich so nett nennen? Boah, meine Fresse, hast du mich erschreckt. Ich hab jemand früher schon gesagt, was zu machen. Mach's super. Mach's super. Boah, alter Schiff, geschluckt wie ne Nutte. Das ist so fucken erinnert. Wird nicht welches ich, was ich mal nie mag schrecklich. Sprung nach Lagen zu können aus, doch der fuck us macht der, warum legt das, warum schmeißt das hin? Fuck. Ich bin auf 100 gehört geschlagen, Alter. Warte, dann ist der Typ jetzt gestorben. Der Fug. Fugt der Shit. Ey, lasst mich doch in Ruhe! Ich hätte gerade den Arsch gerettet sein hier, also sei glücklich. Trotzdem! Fick dich! Ey, meine Pistole kommt nix, Alter! Loot, geh weg vom Display! Oh mein Gott, nein! Alter, ich hatte gerade so viel Glück, ich hatte gerade so viel Glück. Wie kann man seine Drohne setzen? Wie geht das? Drei. Drei? Oh, es funktioniert fastänklich. Ja, bin ich angelogen. Ich hab's jetzt echt angesprochen. Ey, was soll das? Ich war von hinter der Wand! Du triffst mich doch! Und so nachher wieder die PDW-Clown hat die ist geil. Sebi, hast du dir Black Ops gekauft, oder zockst du auch nur Testversion? Testversion, Leute, ich kauf mir das scheiß Spiel. Ich find's richtig geil. Ja, weil du's ja auch noch nicht auf der Konsole hast. Ja, hasch auch. Fick dich doch mal! Hö, komisch, letzte Woche, äh, vor ein paar Wochen hast du auch gelaufen, weil die euch hast du für EPS 3 gekauft. Nöch, jawoll. Ich hab mal eine eigene Scheiße gekauft. Oh, ich hab auch noch mal eine geile Abbranche. Ich hab ihn rausgeschmissen. Danke, man. Der hat's fucking nervt. Hast du gesehen, wie ich den konsequentigen Reden hab? Der sagt, was ich rede, vergabtes Zock, vergabtes Reden. Gell? So, warum muss man jemanden konsequent? Bleiben Sie stehen. Ich hab einen... was ist denn? Ich hab einen Revolver. Ey, da vorne geht der Krieg ab. Ich will mit. Pfff, Alter, das ist so fucking... Alter, ich hasse euch alle. Was macht das denn? Ah, damit kann man auch sein, Alter. Ey, Jungs, du willst mich mal verarschen. Ja, ich will dich verarschen. Ja, ich will dich verarschen. Hey, krass. Stürb. Mit, Marco? Ja. Durchwand macht's weniger Schaden. Nein, nicht Optionen mal. Klasse. Weißt du, was ich voll toll finde? Es gibt bei Optionen nur die Steuerung Einstellung, nicht die Grafik. Doch, die gibt's bei Einstellungen. Nee, die hat keine Krumme. Doch, ich hab... Ach so, ist gleich vorbei. Auf, Schmlech, Alter. Das zieht absehend. Das war ein gutes Geräusch, ey. Eins, zwei, drei. Mal weg. Okay, ich muss noch mal neue Klassen machen. Danke, was du in dich... Danke, was du in dich gekickt hast. Voll genau. Ja. Ich bin noch drin. Nein. Wo warst du? Wo warst du die ganze Zeit drin? Ich hab auch gar nichts gesagt. Du warst doch die ganze Zeit drin? Nee, nicht irgendjemand hat mich kurz gekickt, aber ja. Wie denn? Keine Ahnung, frag mich nicht mich. Ja. Frag die Aufnahme. Die Wohnbau. Äh, ich muss auch noch mal kurz meine Kasse wechseln. Mann, das geht ja mal gar nicht. Ich weiß. Hey, mein Xbox M8. Mega krass. PC. Ja. Die war scheiß. Ja, Sebi, komm mal kurz. Ich brauch irgendwas was. Machen wir nachher weiter. Ach so, ja. Ich hab jemand aufgenommen.